Wurzner Landwerke Glasfaser GmbH Wurzner Land sowie am Bau beteiligte Firmen. Getreu dem Motto »Was lange währt, wird gut« enthüllten die beteiligten Bürgermeister gemeinsam mit Martin Groß von der Athene.com GmbH als Vertreter des Fördermittelgebers Bund und Dr. Norbert Vornehm, Geschäftsführer der Wurzner Landwerke Glasfaser GmbH, das erste errichtete Bauschild mit dem kompletten Projektgebiet Lossertal. Gut sichtbar für vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer kündet das Bauschild von einer Zeitenwende in der Internetversorgung im Wurzner Land, von der Bürger, Firmen und Schulen gleichermaßen profitieren werden. Es ist ein Vorhaben, ein richtig großes Vorhaben. Allein in Lossertal werden wir 8,5 Millionen dafür ausgeben, damit die Hälfte aller Haushalte dann mit Abschluss dieses Vorhabens tatsächlich einen optimalen Glasfaseranschluss haben werden. In den nächsten Tagen beginnen hier die Tiefbauarbeiten auf einer Länge von 70 Kilometern. So werden zum Beispiel 142 Kilometer Leerrohre und 260 Kilometer Glasfaser verlegt. Lange genug mussten die Bürger viele Ortschaften im Wurzner Land auf eine zeitgemäße Breitbandversorgung warten. Nun geht es endlich los. Unmittelbar nach der Auftaktveranstaltung begannen in Lübtitz die ersten Baumaßnahmen im Bereich des Thomas-Münzer-Rings. Auch in den drei weiteren Kommunen des Wurzner Landes wird der Bau demnächst starten.